Die Liebe und die Kunst, alles Übrige soll verschwinden. Vier Arztrikadellen mit Flusskrebsen, zweimal Muschelragut mit Reibekuchen, eine Schweineschulter mit Apfel-Zwiebelkompott, einmal Schweinenacken mit Petersilien-Gremulata, ein Spanferkel mit Röstkartoffeln, drei gefüllte Tauben auf Limone, fünf gebratene Tauben auf Orange macht 1.750,90 Euro. Wer zahlt? La Bohème, la Bohème, ça voulait dire en un vingt ans, la Bohème. Ich bleibe, also, bis die Blumen, die du mir geschenkt hast, verweckt sind. Ja, nous vivions de l'ère du temps. Willst du meine Frau nennen? Mit Verschwendung, Überschwang und Exzess verneint die Liebe die Arbeit. Das macht die Liebe überhaupt lebendig, zum Spender des Lebens. Und diese Lebendigkeit unterscheidet den Eros von der Schein-Lebendigkeit unseres Lebens, die in Wahrheit nur Fitness ist. Heck, 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 meine utopischen Piloten, da fliegt ihr ja wieder. Auf, ihr unternehmerische Freiheit! Freiheit! Auf, ihr unternehmerische Freiheit! Von Schönheit und Glinge im Leben. Wir sind neue Glieder. Wir, wir, unsere ungestärkten Seele. Sagen wir, wie sollten wir arm sein? Wir und der unwendbare Rest unserer Herzen. Das Instrument unserer Herzen hat Risse bekommen und spielt nur noch falsche Töne. Es wird sehr kalt hier heute Nacht, Mimi. Dann ist es ja wie früher. Immer wieder kurz mit mir. Wir warten von dem, wie alle zusammengekolossers. Der ist ein, was wir uns bei dir sagen. Sagen wir, wir halten, was wir. Ich hab jetzt mal. Vielen Dank.